Nach der Mitte wird es einiges schwieriger zu nähen und wir haben hier auch einiges an Fehlern, die passieren können. Der Stich geht aber immer genau gleich weiter. Wir müssen wie vorhin schauen, dass wir die beiden Fäden parallel zueinander haben. Die sind immer so parallel. Wenn sie mal nicht so sind, haben wir einen Fehler drin. Ein Fehler, der passieren kann, ist, dass wir von unten durch die Sohle und dann von innen durch das Leder stechen. Das ist ein Fehler, der passiert. Wir gehen jetzt aber von außen rein. Und ein zweiter Fehler ist, wenn wir mit dem zweiten Faden direkt ins Loch gehen, ohne zuerst durch das Oberleder durch. Dann kriegen wir hier so einen solchen Fehler drin. Dann müssen wir gut schauen, dass wir genau dem ersten Faden nach zurück gehen. So durch. Und so. Dann haben wir es wieder parallel und können es gut anziehen. Immer zuerst durch die Sohle und von außen durch das Oberleder. Wir beginnen. Wir können dann die Sohle und der Scigare machen. Wir suchen uns in die Sohle.